Alex arbeitet neu als Fachkraft in einer sozialen Organisation zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung für Menschen mit Beeinträchtigungen, den sogenannten Klientinnen. Alex ist sich nicht erst durch pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen im Klaren darüber, dass der Einsatz digitaler Tools und Hilfsmittel nicht nur zeitgemäß ist, sondern auch notwendig. Aber wo soll Alex beginnen? So richtig kann Alex sich die Situationen noch nicht vorstellen, in denen digital mit den Klientinnen gearbeitet werden soll. Digitale Teilhabe ist ein Menschenrecht. Digitale Teilhabe bedeutet gleichberechtigten Zugang zu digitalen Inhalten für alle Menschen, mit und ohne Behinderung. Und je mehr Lebensbereiche von Digitalisierung betroffen sind, desto stärker ist digitale Teilhabe Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Für unser Angebot und den von uns unterstützten Personenkreis bedeutet diese Anforderung die Digitalisierung des Bildungsangebotes in der beruflichen Orientierung und Qualifizierung. Viele Fachkräfte stehen nun aber vor der Herausforderung, wie sie am besten auf diesem Weg starten können. Hilfreich ist, wenn LehrerInnen, TrainerInnen, BildungsbegleiterInnen und Jobcoaches verschiedene digitale Anwendungstools kennen und entsprechend einsetzen können. Wir wollen verschiedene Anwendungsfälle zum Einsatz digitaler Tools vorstellen und dafür sensibilisieren, dass das Arbeiten mit digitalen Tools einem ständigen Wandel unterliegt. Alex überlegt, welche Lernsituationen passend wären, um digitale Tools einzusetzen. Alex fällt am ehesten etwas dazu ein, dass viele der KlientInnen Erinnerungshilfen benötigen beim Erlernen neuer Arbeitsschritte. Was für ein digitales Tool könnte da geeignet sein? Erinnerungshilfen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen können besonders Menschen mit Lernschwierigkeiten von großer Unterstützung sein. Dies gilt für das Erlernen neuer Aufgaben oder das Abrufen von routinierten, aber komplizierteren oder nur selten ausgeführten Aufgaben. In klassischen Jobcoaching-Situationen wird gern mit analogen Erinnerungshilfen gearbeitet oder es werden individuelle Hilfsmittel zum Erlernen neuer Aufgaben erstellt. Diese haben in analoger Form den Nachteil, dass Änderungen von Arbeitsabläufen zum Beispiel immer erfordern, dass das Hilfsmittel neu erstellt werden muss. Außerdem bieten Papierlisten oder bebilderte Arbeitshilfen die Gefahr der Stigmatisierung der Mitarbeitenden mit Behinderung an den jeweiligen Einsatzorten. Das Erstellen von digitalen Arbeitshilfen, die auf einem digitalen Endgerät zum Beispiel einem Tablet oder einem Handy abgerufen werden können, wirkt nicht nur wesentlich zeitgemäßer, sondern vermeiden auch die Stigmatisierung der Mitarbeitenden mit Behinderung. Darüber hinaus können diese Art Hilfsmittel sogar inklusiv genutzt werden und beispielsweise auch für die Einarbeitung neuer KollegInnen oder für die Einarbeitung von Menschen mit wenig Deutschkenntnissen genutzt werden. Vorstellbar wäre dies mit einer Assistenz-App, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen abbildet, die je Schritt individuelle Hilfestellungen in Form von Text, Bildern, Videos, Audio-Sequenzen oder Checklisten beinhalten können. Hier kommt auch gerade für die Menschen, denen das Lesen oder Schreiben schwerfällt, die Text-to-Speech-Funktion zugute. Mithilfe dieser App kann dann beispielsweise ein neuer Mitarbeiter mit Lernschwierigkeiten zu Beginn der Qualifizierung gemeinsam mit seinem Jobcoach im Betrieb Fotos von den einzelnen Arbeitsschritten machen und gemeinsam mit den betrieblichen KollegInnen und dem Jobcoach eine individuelle Arbeitshilfe erstellen. Diese kann im Laufe der Zeit beliebig ohne viel Aufwand erweitert und verändert werden. Je nach Kenntnis auch von den Mitarbeitenden selbst oder den jeweiligen UnterstützerInnen. Ein weiterer Vorteil gegenüber analogen Hilfsmitteln ist die Funktion von Wenn-dann-Sprüngen. Während analoge Hilfsmittel in Papierform immer alle Eventualitäten darstellen müssen und zu einer Flut an Informationen führen können, können Hilfestellungen bei Assistenz-Apps gezielt nur dann angezeigt werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden und ansonsten ausgeblendet bleiben. Viele weitere Funktionen, wie etwa eine Kalenderfunktion mit spezifischen Zuweisungen von Aufgaben für bestimmte Tage, können im weiteren Verlauf entdeckt und eingeführt werden. Eine solche Assistenz-App kann sich Alex bei einem bestimmten Klienten im Lager der Organisation echt gut vorstellen. Jener hat einige Probleme mit Lesen und Schreiben und erkennt sich auch mit den Fachbegriffen noch nicht so gut aus. Alex überlegt, ob es da zum individuellen Lernen auch was Digitales gibt. Der Vorteil an der Nutzung digitaler Tools ist auch ihre Barrierearmut. Jedenfalls gilt das für Apps, die eine Vorlesefunktion haben oder Endgeräte, die gut mit Textausgabe ausgestattet sind. Aber auch zum Verbessern von Kulturtechniken oder dem Erlernen von neuem Wissen gibt es eine Reihe von Tools. Um neue Fachbegriffe zu lernen und somit auch den Sprachgebrauch von Klientinnen im betrieblichen Kontext zu erweitern, kann eine App eingesetzt werden, mit der man Fremdsprachen und Vokabeln lernen kann. Häufig können dann auch eigene Bilder eingesetzt werden, sodass die Lerninhalte sehr individualisiert sind und die Klientinnen einen direkten Bezug zu ihrem eigenen Arbeitsplatz haben. Somit können sie genau die Geräte und Dinge wiedererkennen, mit denen sie arbeiten. Häufig müssen gar nicht neue oder spezialisierte Apps genutzt werden, sondern es können auch bekannte Apps eingesetzt werden, die dann für den entsprechenden Zweck umgenutzt werden. Alex fragt sich, ob das nicht alles doch ein wenig zu kompliziert ist. Was muss man denn da alles vorher lernen, um so digitale Tools zu finden und dann auch noch zu wissen, wie sie gut funktionieren? Außerdem fragt sich Alex, ob diese Tools eigentlich immer Internet brauchen. Gibt es in der Organisation eigentlich ein freies WLAN? Und überhaupt, wie findet das eigentlich die Leitung der Organisation, wenn plötzlich alle mit ihren Handys arbeiten und ins Internet wollen? Die Einführung und der Einsatz einer digitalen Arbeitsweise benötigt tatsächlich ein paar Dinge, die häufig nicht vollständig in der Hand der einzelnen Fachkräfte liegen. So ist es schon von großer Bedeutung, dass die Leitung einer Organisation hinter dem Einsatz digitaler Medien steht. Denn die Anschaffung von Endgeräten und die Ausstattung der Räume mit einer entsprechenden Infrastruktur ist unerlässlich, um mit Klientinnen auch digital zu arbeiten. Außerdem ist die Aneignung eines Fachwissens und der kollegiale Austausch zum Einsatz mit Klientinnen wichtig, damit eine fachlich hochwertige Arbeit mit digitalen Tools entwickelt und weiterentwickelt werden kann. Dies erfordert Zeit, die beispielsweise in Fortbildung, Einarbeitung und Ausprobieren und Austausch fließen sollte. Eine weitere Herausforderung besteht darin, die genauen Umstände des Einsatzes von digitalen Tools zu reflektieren und diese nur dann einzusetzen, wenn sie einen Mehrwert für die Klientinnen und ihre Autonomie, Qualifizierung, soziale Beziehungen etc. haben. Es geht nicht um eine Fernsteuerung oder das Ersetzen von persönlichen Qualifizierungsprozessen. Gerade am Anfang eines Digitalisierungsprozesses sollte dieser Aspekt aber auch nicht lähmen und dem gemeinsamen Entdecken von Möglichkeiten im Wege stehen. Auf Dauer ist dieser aber selbstverständlich sehr wohl zu berücksichtigen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass es nicht nur für die einzelnen Fachkräfte, sondern für ganze Organisationen unerlässlich ist, sich der digitalen Arbeitsweise anzunähern. Gerade in der Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung ist es wichtig, ihnen den Anschluss an gesellschaftliche Prozesse nicht zu verwehren. Digitale Teilhabe ist gleichzeitig auch gesellschaftliche Teilhabe und Fachkräfte sozialer Dienstleistungen müssen darin einen Auftrag sehen, das dafür notwendige Wissen gemeinsam mit ihren Klientinnen zu erarbeiten und digitale Arbeitsweisen zu erproben und zu erlernen. Alex hat verstanden, dass das Thema digitaler Teilhabe auch einen gesamtgesellschaftlichen Aspekt hat und damit auch Fachkräfte in der sozialen Arbeit unmittelbar betrifft. Ganz und gar auf digitale Arbeitsweisen zu verzichten, ist daher keine Möglichkeit. Alex ist aber auch klar geworden, dass die Entwicklung zu einer digitalen Arbeitsweise nicht allein in den Händen der Fachkräfte liegt. Auch die Leitung der Organisationen müssen sich für diese Arbeitsweise stark machen und die Infrastruktur der Organisation entsprechend anpassen und Raum geben für die Weiterentwicklung der Fachkräfte. Als nächstes wird sich Alex nun die verschiedenen Situationen des Jobcoaching noch einmal genauer anschauen, zu denen es auch digitale Lösungen gibt. Beispielsweise die Erstellung von Hilfsmitteln. Wichtig scheint es zu sein, sich mit den Kolleginnen auszutauschen und nach guten Praxisbeispielen zu suchen und immer wieder auch unterschiedliche Tools auszuprobieren. Alex ist begeistert von der Idee, in dieses Experimentieren gemeinsam mit den KlientInnen einsteigen zu können.